Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15, zu den Skillspielen, zur achten Folge und wir machen nun den Heber. Nachdem wir in der letzten Folge den fortgeschrittenen Dribbeln gemacht haben, machen wir nun den Heber. Das habe ich geschafft und ich erkläre es mal kurz. Verbessere deine Fähigkeit beim Spielen von hohen Pässen aus unterschiedlicher Distanz und lerne, wie man den aufspringenden Heber einsetzt. Wenn du den hohen Pass beherrschst, geht es weiter zur Skillschallenge. Ja, wie ihr seht, habe errschig, aber das wollen wir noch versuchen. Du hast sieben Versuche, um deine Mitspieler im markierten Bereich mit einem Heber zu erreichen. Versuche dabei, keine im Weg stehenden Kissen umzuschießen, dafür gibt es nämlich einen Punktabzüge. Man steht hier, X ist Heber, also Viereck ist Heber und L, ja, das weiß ja jeder, denke ich mal. Wer kann eine gute hohe Schüsse? Ähm, hm. Machen wir mal mit Schweinsteiger. Diokons. So. Macht einfach so einen hohen Ball. Der Gegner muss ihn annehmen. So ein schöner Ball. Und jawoll. So, das war's. Also ihr müsst versuchen mit Viereck so hoch wie möglich, also nicht so hoch, ein bisschen leicht, also, ja, zwei Sekunden halten. So, eins bis zwei Sekunden halten, dann habt ihr es. Und schon habt ihr diese Übung geschafft. Jetzt die Silberlevel. Bei dieser Übung sollst du versuchen, den Ball per Heber in die Minitore zu befördern und dabei keine Händnisse zu treffen. Bringst du den Ball im Tor, ohne dass dieser vorher aufspringt, gibt es doppelte Punktzahl. Du hast neun Versuche, um alle Minitore zu treffen. So, ja. Das ist ne schwere Übung, meiner Meinung nach. Also nicht ganz so einfach. Obwohl, ich glaube, die ist noch einfacher als die andere üben. Ja, komm. Ja, sorry, dass ich so viel abbreche, aber... So, ihr seht schon 2000 Punkte. Damit wisst ihr bereits, es gibt 1000 Punkte. Ganz normal. Bei mir muss der Erste meistens immer sitzen. Äh, ja. Aber nicht mit so einem Luschi-Ball. Da trifft ihr höchstens die Wand. Und die ist extra da. Ja, das... Jawohl. Das haben wir geschafft. Gut. Ja, 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 komm, 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 komm. Jawohl. Wir haben es geschafft. Aber nur dadurch, weil wir einmal die 2000 Punkte geschafft haben. Ansonsten, wenn ihr alles 1000 schaffen wollt, so wie ich jetzt... Okay, ich habe 2000 geschafft. Dann müsst ihr jeweils viermal treffen. Dann habt ihr es. Und ihr habt 6500 Punkte. Also vier Ecke, ja. Natürlich mit dem linken Analog-Stick ein bisschen anvisieren und dann halt den Heber anwenden. Äh, nicht zu weit nach links, nicht zu weit nach rechts. Aber ich versuche, ich versuche es erstmal mit der Mitte. Ich gebe euch einen Tipp. Versucht mit der Mitte. Ich wollte es versenken, als Pro... Also bist du als Profi mal versuchen, außen zu treffen. Versucht wirklich erstmal vorne in der Mitte die 2000 zu treffen. Versucht 2000 zu kriegen, dann habt ihr einen guten Anfang. Und dann müsst ihr nicht drei Tore treffen, sondern zwei. Dann versuchst du dir ganz hinten, den zu treffen. Und danach entweder links oder rechts. Je nachdem. So würde ich das machen. So, ein kleiner Tipp von mir. So, Hebergold. Bei dieser Übung sollst du versuchen, den Ball per Heber in die Mini-Tore zu fördern. Und dabei nicht die Mauer zu treffen. Bringst den Ball in den Tore unter. Ohne dass dieser Feuer aufspringt, gibt es die doppelte Punktzahl. Du hast 17 Versuche, um alle Mini-Tore zu treffen. Ja, schade. Das hat nicht ganz geklappt. Ja, der ging gut. Oder? Ja, der ging. Der ging sehr gut. Oh. Jawoll, 2000. Oh, scheiße. Der war nix. So, und... Nein, Latte. Scheiße. Ah, geht er noch? 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 Nein. Unmöglich. Unmorglich. Oh. Nein. Oh, nee. Der war schön anvisiert. Aber aus 17 Versuchen... Ja, okay. Ich muss ehrlich gestehen. Ach, schade. Ich habe lange dafür gebraucht. Bisschen länger. Ja, komm, 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 komm. Ach, schade. So, und... So, und... Ja, den treffen wir. Oh, so knapp. Knapp vorbei. Ich versuche es noch einmal. So. Ja, 2000. Perfekt. Den treffen wir nicht. Schade. Ah, schade. So. Ja, okay. 1000 Punkte ist okay. Oh, nein. Ja, 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 ja. Oh, nein. Schade. Oh, je. Warum drehe ich denn so scheiße? Das darf nicht sein. Neun Versuche. Man merkt schon, wie gut der Platz abgenutzt ist. Ja, ja. Nein. Ja. Nein. Oh, Mann. Triple Chance. Oh, ey. Das ist doch... Nicht zu fassen, ey. Komm. So, komm. Nein, 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 nein. Die will ich schon mit 2000 empfangen. Super. Ja, okay. Die haben wir auch. 3000. Perfekt. Okay. 4000. Sehr gut. Treffen wir den, treffen wir den, treffen wir ihn. Ah, so knapp. Und jetzt treffen wir ihn. Wieder knapp vorbei. Oh, nein. Ich hätte die 2000 geschafft vielleicht. Oh. Ja, 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 ja. Nein. Oh, Mann. So knapp. Und, ja, ja, ja. Sogar. Butter weich. Scheiße gemacht. Nein. Ich wollte den treffen. Schade. Wir brauchen wir 8000, glaube ich, ne? Mmh. Wieder so knapp. Aber wieso, wieso... Die versiere ich immer so eine Scheiße an. Und immer so schlecht. Ich bin so ein schlechter Spieler, ey. Komm, gleich wieder die Hater. Komm, oder? Oh, du bist schlecht. 7000. Gut. Ja, komm. Ja, ja. Nein. Oh, Mann. Ich hatte Hoffnung. Ja, 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 ja. Mh. So knapp. Na, toll. Okay. 8000. Mir hat einiges gefehlt. Bevor wir diese Challenge machen dürfen, müssen wir noch an der noch einhängen. So. Theoretisch, wenn wir 4 mal 2000 treffen, dann... Ja. Haben wir es auch schon beendet. Ich habe sogar 12.000 geschafft, habe ich gerade gesehen. Okay. Dann war ich an dem Tag sehr gut. Ausnahmsweise. Oh, Gras. Nein. Jetzt war ich so im... Ober... Ober... Ich weiß gerade... Nicht, was ich sagen wollte. Ich wusste gerade echt nicht, was ich sagen wollte, aber... Na, egal. Ja, ja. Dreh, 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 dreh. Na, oh, Mann. Das heißt doch drehen. Dreh, klatsch. Klatsch, dreh. Ja, ja. Okay. Was? Eliminati? Ja, ja, ja. 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 Er hat getroffen. Er hat gesessen. Aber der nicht. Bom. Bam. Haben es geschafft. Jawohl. Haben es geschafft. Oh, schade. Ja. Boah. Schon wieder so ein Ding. ach schade ich dachte schon wollte gerade sagen wieder so ein ding wir haben die punkte wieder geholt 12.000 nicht schlecht oder ja das lief besser so jetzt die skillchen setzen den hohen ball zum punkt sammeln ein in die du Pässe verknüpft lasst du den ball aufspringen wird die mauer erhöht wenn du die ziele einmal triffst reduzierst du die mauerhürde wir was irgendwie ist die erklärung komplett falsch oder so du musst einfach versuchen hier drauf zu hauen mehr ist das nicht so ungefähr so gut wir haben schon 11.000 nach einer zeit wird schneller ist glaube ich keine punktsahl vorgegeben ach schade so merkt schon vielleicht ja komm naja schade nein so 17.000 haben wir schon so wir haben es geschafft oder ja wir haben es geschafft gut jawohl jawohl ja wir haben den ball noch gehalten sehr gut um noch mehr punkte zu machen ohi das wird ja ein rekord ja toller rekord 33.000 nicht schlecht muss mir kurz was angucken und zwar habe ich einen guten platz naja nicht wirklich aber ich mache ich denke mal wir machen das noch einmal und danach denke mal beenden wir den mal für heute so okay komm oh der war knapp so ja scheiße verarbeitet so ja jawohl sehr gut sehr schön gut mein rekordzeit ey oh jetzt treffen wir das scheiß ding nicht ey ja jetzt treffen wir es gar nicht mehr oder wie ja oh god ja ich bin doch doof ne warum passe ich denn überhaupt darfst du nur hohe Bälle machen mehr darfst du es nicht okay noch einmal gut äh ja auch nicht so nein so so gut ja nicht so scheiße gut so muss es sein schon wieder oh super jawohl gut ja so und nein ey was machst du da so so weil ja ja so ja so gut gut gerettet oh was machst du da Müller oh god ey ja ja ich hab's aber schon mal geschafft also mir kann man keinen Vorwurf machen ne das sind die Spieler alter alter das ist ja ne wo ey so was soll die Scheiße steht da wo du stehen sollst schön jawohl jawohl oh schieß doch mal festere Pässe so jawohl gut ja egal egal Leute obwohl ne 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 ich wüsste einmal noch komplett schaffen machen wir mit Ribery ist ja scheißegal mit wem ich anfange so ey jetzt komm mal richtig so Alter super 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 ja geht auch ja jo na scheiße nein so ja oh so ah schade was machst du da ja ja gut so jawohl ja 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 gott sei dank wir haben es geschafft so nein schade ja ja und bam haben es geschafft gut 23.500 ja der Part ist ein bisschen länger geworden ja durch meine Dummheit aber ich hoffe euch hat es gefallen wir sehen uns dann bei der nächsten Skillspieleinheit wieder bis zum nächsten Mal und ciao ja 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 Vielen Dank.